Auf dem neuen Skatepark, der frisch eröffnet wurde. Wir fahren hier heute das erste Mal, bloß mal ein bisschen so leicht. So schnell kann es gehen. Natürlich müssen wir das mal aufnehmen, weil wir müssen mitgucken, wo der ist. Wo ist denn der hin? Da liegt er, schön auf der Straße. Da ist er, da ist er wieder. Da zieht er irgendwie automatisch schief, oder? Na los, wir gucken nochmal hier. Ne, das ist schief. Ja, das ist was für kleinere Autos hier, oder? Sprung. Schön geparkt, rückwärts. Hoffpipe? Ich habe eine gute Idee. Sprengen Sie nochmal, ich stelle mich mal hier hin. Scheiße, sind wir hammered. Du solltest mal ganz gemütlich. Was ist los mit dir, Kerl? Das machen wir mal so niedrig. Haben wir fast eingeschissen. Ne, weil der übelst hier fünf Meter. Komm mal von dort oben. Rückwärts, oder was? Rückwärts, oder was? Ja. Aus nochmal. Der landet hier recht schweig. Der landet hier recht schweig. Blüpp. Ne, der schaltet. Das ist hier, das sind die Akkus bei der Kälte. Lös nochmal. Ja.